Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei GeorgTV. Freunde, das ist ein One-in-One-Shirt. Das habe ich eigentlich nur für mich so gemacht, aber ich habe mir gedacht, wenn der eine oder andere Bock darauf hat, ein GeorgTV-Shirt zu bekommen, dann schreibt mir unbedingt auf Instagram. Meine lieben Damen und Herren, wir haben wieder neue News über Bibi und Julienko und ich glaube, das ist mittlerweile mein 587.637. Video. Habe ich gerade die Zahl richtig gesagt? What the hell, man? Die Schlagzeilen überschlagen sich. Die Schlagzeilen überschlagen sich, okay. Denn Julienko wurde gesichtet, heute früh anscheinend, ja, oder gestern früh. Wir wissen es nicht ganz genau, weil die Videos erst heute früh preisgegeben wurden, dass Julienko mit der vermeintlichen Dame, mit der er halt im Club war, spazieren war. Er war mit ihr spazieren, weil er hier auf diesem Kanal alle News ballern, wollte ich unbedingt das mit euch teilen, Freunde. Wie gesagt, Julienko wurde gesichtet mit einer Dame und er war halt spazieren mit ihr und es war genau dieselbe Dame, die mit ihm im Club war. Vielleicht kann sich noch der ein oder andere daran erinnern. Julienko hat selbst zugegeben in seiner Instagram-Story, dass es alles stimmt, aber dass es alles nach der Trennung war. Also, dass diese Dame, die mit Julienko jetzt unterwegs ist, nicht vor der Trennung zusammen war oder mit ihm unterwegs war, sondern erst nach der Trennung. Er hat auch nochmal klargestellt, jeder verarbeitet seine schlimme Zeit anders. Und er verarbeitet sie halt so. In diesem Sinne, hier sind die Bilder, beziehungsweise auch das Video. Von meiner Seite war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es der Fall ist, dann lasst einen heftigen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und lasst uns gemeinsam die 21K knacken, Digi. Das war es, bis zum nächsten Mal und Peace out. Das war es, bis zum nächsten Mal.